Willkommen auf meinem Spielplatz Es ist an der Zeit für Small Feather Games Und die Knarre liegt bereit Ob bei Call of Duty oder Battlefield Ich kenne keinen an, denn der hier noch viel krasser spielt Also los Diabos, hebt ihr Daumen Ihr könnt euren Augen trauen Dieser Let's Player versetzt alle einfach in Staunen Das ist der Halo-Effekt Du findest alles Gute hier Und am Ende des Tages merkst du, er ist hier das Alpha-Tier 3, 2, 1 und... Start! Und damit herzlich willkommen an alle Trickers und Trickers da draußen Der Slay ist heute mal am Start mit noch einem Battlefield-Hart-Line Der Skyler fand das irre witzig Ich werde jetzt hier praktisch ins kalte Wasser geworfen Du musst so am Start sein, sonst weißt du nicht wie schneiden sollte Hey, ich hab doch Start gesagt! Nein Doch Nein Äh, und... Ja Der Skyler entzückt mich jetzt noch eine Runde Werde viel zu spielen Meine Shooter belaufen sich auf ein paar Runden Battle... Äh... Halo Online und Skyline zusammen Und am Recht auf Unreal Tournament Warte, sag, sag, nimm weiter drunz Okay, und... Weiter... Gut, dann weißt du, wie es bestimmt hier geschah Ihr zwei kennt euch, dann seid ihr jetzt Partner Was muss ich zu Tyson Latch von wissen? Er vertickt Koks an Bonzo Mittlerweile bekämpft jeder jeden und ich suche mir scheinbar immer die falsche Seite aus Drei Drei Hier Das ist Leo Ray Koki Das ist los mit der Etappe Asiaten großen Ich kenne das Spiel Da ist los mit der Etappe asiaken groß Und ich kenne das Spiel Sie sind los mit der Etappe Alles okay? Ja, alles gut. Ha. Korrupte Kopfstens. Papier ich noch. Ach echt? Wirklich? Ja, scheiß Arbeitszeit und der Lohn eher. Ja, aber sonst ist doch alles toll, oder? Da ist Wundermann. Okay, bleib beim Wagen und pass auf. Bleib beim Wagen, was wird als erstes, steht auf und geht raus. Bleib beim Wagen. Wachen, Willi, Jo? Blöde Idee. Wer ist das? Der wollte mit mir in den Zoo. Wollte eine bedrohte Tierart sehen. Wer ist das denn zu fassen? Ich wollte Dors sprechen. Und Dors schickt uns. Wenn mein Handy das nächste Mal klingelt, dann will ich, dass Dorf dran ist und mir sagt, wann und wo wir uns unterhalten können. Ich will keine albernen Witzfiguren wie euch. Ich will echt einen Schuss. Ich verpasse mein Spiel. Gehen wir. Wie kannst du mir gehen? Hey, Finger weg. Hey. Man sagt, du hast Tyson Ledgeford erledigt. Beeindruckende Nummer. Mit wem haben wir es denn zu tun? Spar dir das für Dorf. Also, was sollen wir machen? Sag doch, Rimbos. Ich habe alles vorbereitet und ihr habt es versaut. Gib mir die Tasche, Leo. Ich weiß nicht, ob ich laufen kann. Ich weiß nicht, ob ich nicht laufen kann. Jetzt, lass uns mal. Ich kann nichts machen. Hä? Hä? Ach ja, was ich eben sagen wollte. Meine, ja, online auf LaFa hat es bisher nicht gehört. Betepic, 1942 und ein Kumpel von mir ganz viel beim Betepic-Spiel zukunft. Ich finde es eigentlich viel zu blöd dafür. Genau der richtige Mann wollte. Los, zurück, der D. Okay, ganz ruhig. Jetzt zieh, zieh auf die Beide. Jetzt sind wir hinter, los, jetzt zurück, er geht. Ja, schee. Komm, schee. Das war knapp. Du musst aufpassen. Erlauben, dass du mich der andere aufmerksam machen, aber so ehrlich. Schönen Rachen. Ich will nicht schießen. Nein, warum schießen denn? Jetzt händen wir uns da und bist im Arsch. Ah, scheiße, wie druck ich mich? Schieß. Nein, die geht in den Boden. Nein, die geht in den Boden. Los. Ah. Oh, Mann. Ach ja, äh. Alles abgeballert. Ich weiß, der sitzt hier am Ende, der nur vom Tisch dran und lacht sich halt tot. Ah. 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 Ja, äh. Wie geht's weiter? Y? Nein, da steht A. Nee, doch Y. Okay, äh. Nächster Versuch. Äh, das wird jetzt ungefähr noch fünf Phasen gehen. Tief. Ich hätte muss es doppelt übernehmen, ey. Wahrscheinlich. Kai, wer sind diese Typen? Alter, so lange, dann rennt der? N hoch. Genau. Genau. Immerhin und her. Shit. Was warst du jetzt? Zeit, abends. Weiter. Schön. Der ist mit Deckung. Der ist tot. Nicht auf den anderen. Der ist mit Deckung. Wie schweiße ich mich überhaupt auf den Boden? Weil du tot warst. Nein. Nein. Also wie nenne ich mich auf den Boden? Du nenne mich auf den Boden. Also wie kann ich schleichen? B. B. Gut. Äh. Ja. So ungefähr wird das jetzt erst mal gehen, bis keiner sich erwarmt. Wer sinkt diese Typen? T-T-T-T-T loyalty. Ist das zu tot? Guck mal den Typen an. Bist du tot? Ich glaub, die ist tot. Wurfen Sie mich? Hände hoch! Hände hoch! Hände hoch! Hände hoch! Hände hoch! Nein, du warst direkt daneben und bist auf die Kick dazu gestrichen. Ich weiß nicht, warum ich mich überhaupt hingew demiş habe. Es saugt bei mir das wieder aus, Händler! Aber hey, wir seht schon, ich bin theoretisch für die Leute nicht zu tun. Und jetzt Eddie! Hey, hey! Genau. Genau. Sehr schön. Ich hab den Anderen. Wer hat den Anderen direkt? Du in den Kopf, ihr seid tot, Leo. Jetzt wollt ihr die Anschleichung an den Hände hochsagen, nicht schießen! Fuck! Geh in Entdeckung! Genau! Genau! Nicht da rausgehen! Nicht da rausgehen! Genau! Alles zu kurz! Hat die Kraft mit der Anti geschmissen? Ja, natürlich. Feuer! Visieren! Feuer! Ich darf halt nichts! Hehehehe! Hör doch wohl zusammen drücken, hast die Schulter gefällt! Hör doch nicht, hör doch nicht! Hä? Es hat doch vorhin auch geschmort! Gibt's die Namen? Ja, hör doch! Es ist auch, du kannst nichts dafür! Na Leute, habt ihr euren Spaß! Das Auto kann nichts! Ja, ich hab das Auto gemacht! Nein, er hat zählt gleich! Aber nicht während du vorhin im Auto stehst! Das soll Granate werfen! Hä? Ich... Ich hab keine Granate werfen! Hast du keine Granate? Nein, nein! Nein! Ich hab keine Granate werfen! Ich hab keine... Ich hab keine... Ich hab keine... Oh, cleverer Junge. Auf die Tür! Du waltest unbedingt das ist die Socke. Hab ich den Kasten? Nein, du hast es nicht anders, wir sind tot. Die beiden sind tot, sie gehen nach vorne. Keiner da. Haha, Tappa hat sehr gut drauf, muss alles gut machen. Ich möchte mal angehackten, ich hab das Spiel in der LP gesehen. Das hilft nur nix, weil ich ja trotzdem scheiße in den Spieltag. Oh, ich hab da echt keine... Tappen Simulator 2015! Nicht hinlegen! Das erinnert mich voll an Dingens, Alter. An Run Together. Ich bin verbürt, setzen sich doch nicht hin! Leo, lass das Rennen sein! Nein! Das ist eine Zivilistin! Rennen! Du musst den Typen verfolgen! Ich hab das geschossen! Da ist es ja offen, da muss ich ihn! Da ist doch nicht gehen! Hä, ich soll den Scanner rausholen! Warum willst du den Scanner rausholen? Ja, statt gerade Scanner rausholen! Okay, was, dann gehen wir zum Tisch. Nein, 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 geh zurück, geh zurück, geh zurück! Genau, guck mal den Tisch an! Moment, wer sind da auch? Okay, dann muss anscheinend die Leute ausscannen. Okay, dann muss er noch mal rausgehen. Ja, dann muss das ganz gut sein. Ja, dann muss er noch mal rausgehen. Ja, dann muss er noch mal rausgehen. Verdachtsperson in der Nähe 13! Komm hier! Komm hier! Komm hier! Dich! Genau! Das ist doch nicht die Karte! Da muss ich die Karte! Ich hab' keinen... Ich hab' keinen... Ja, ich wollte ihn killen, damit ich seine Waffe nehmen kann! Ich kann ihn nicht mehr haben! Ja, also... Das ist doch wirklich glücklich! Ich hab' keinen... 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 Nee... Ich treff' nichts. Ähm... So ein Start! Was? Start! Ähm... Option. Wachen wir mal die Empfindlichkeit... ein bisschen runter. So? Ja, dann musst du entscheiden. Musst du ausprobieren, ob's dann besser ist. Ich glaube, er ist tot. Dann kann ich auch. Nebst du die Waffe, du Jörg? Kann ich nicht! Jetzt hörst du, dann kannst du die Waffe messen! Hä? Weil du stehst da! Meine Schwarzflüchte war auch näher! Ich hab keine Bulli mehr! Ja! Mega sweet! Habe ich keine anderen Waffen? Sorry! Du musst einfach nur mal besser ziehen, wie wär's damit? Versprüchte Waffen, bitte? Ja. Wow! Wow! Immerhin hat die Waffe jetzt grün gemacht! Jetzt gewinnt er! Green Lantern wär stolz! Ah, ich hab den Muni! Theo, lass das rennen! Nick, da kommen noch mehr! Wieso ist der jetzt schon dahinten? Nein, der ist gerade zum Dekken gekommen! Wir müssen mal hier! Wir müssen Dio scannen! Ja, hab ich doch schon! Nein, nein! Wir müssen bestätigen!